RoxyM Films. Du bist mein Kanal. Noch jemand ein Eis? Ja, hi. Also wir gehen jetzt zum Webvideopreis. Ja, wir sind jetzt hier gerade am Parkplatz und da vorne läuft Alberto. Also, keinem bestimmt. Und ja, wir sind aufgeregt. Ich meine, einmal beim Webvideopreis, wenn man so sagt. Ich habe dem Commander Krieger gesagt, er wäre der Größte hier. Der hat dafür eine Medaille bekommen. Wenn du den findest, dann nimm ihm die ab, egal was es kostet. Wie ist es denn für euch beiden, auf diesen langgewachsenen Reimler hochzuschauen? Also, physisch ist es recht anstrengend. Psychisch ist es nicht so anstrengend, weil ich weiß, dass er auf einem Level ist mit uns. Ja, aber ich möchte ganz kurz noch dir, wenigstens zumindest die Medaille in die Hand drücken, weil ich habe jetzt kein Meta-Maß dabei. Aber ich würde fast sagen, du bist echt sehr, sehr groß gewachsen. Größer als Commander Krieger. Das ist deine Medaille. Du hast schon gewonnen. Danke. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank auch an euch, dass wir hier waren. Ich drücke euch jetzt noch diesen Edding in die Hand. Ihr dürft alle einmal signieren. Hi Leute. Webvideopreis 2014. In fünf Minuten geht es los. Wir sitzen schon. In fünf Minuten geht es los und wir sind natürlich gespannt, auch wenn wir nicht favorisiert sind, auch wenn wir nicht unbedingt denken, dass wir eine Chance haben. Ich bin so aufgeregt, Mama. Also ich bin gar nicht aufgeregt. Wir haben schon super. Wir haben hier schon so viele Leute, die wir mal sehen wollten, treffen wollten, getroffen. Und jetzt sind wir einfach nur noch happy. Das ist wirklich hart. Herzlich willkommen, hier im Kapitoltheater. Sinn in Leben und Spiel ist das Beste für die Spiele. Roxy in Films setzen sich in ihrem Video-Gedankenspiel mit dem Sinn des Lebens auseinander. Doch das Spiel geht für jeden von uns weiter, bis wir unser Ziel erreicht haben. Das Einzige, was wir tun müssen, um unser Leben positiv anzutreiben, ist, Initiative zu erneuern. Das war es jetzt mit diesem Video. Und wir haben leider nichts gewonnen. Schade, aber wir haben natürlich gewonnen, dass wir nominiert waren. Und ja, das war natürlich schon eine Riesenehre dafür, dass wir überhaupt heute dabei sein durften. Es hat uns super gefreut, dass wir so viele bekannte YouTube-Gesichter heute hier sehen konnten. Und ja, das war ein schöner Abend. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und danke für eure Unterstützung bei Borti. Ihr habt uns diesen Abend geschenkt.